Hallo und herzlich willkommen zurück zu PocketMirror, ja ich lade wieder, das letzte Mal haben wir falsch geantwortet, ja ich werde mich jetzt nochmal umsehen, nochmal sprechen mit dem, mit allem die ich sprechen kann. Ja, okay, vor allem als sachte, was du seht, stellen hier unten, hm hm hm, habt ihr nochmal was zu sagen, irgendeine von euch, hä, naja, ein Hit, ein Tipp, ja, es wäre nett, es ist nicht die Queensfeld, danke, Moment, äh, bin ich wirklich so doof? So, was ist es, ähm, ich komm mir grad irgendwie ein bisschen doof vor, the Queens Favorite Cookies, ja genau, das ist garantiert nicht die richtige Antwort. Ah, ich bin aber auch doof, aber ich, na gut, ich hab die Frage auch nicht ganz verstanden, aber, ja, okay, sehr glücklich sieht sie darüber nicht aus, oh, hm, hatte ich recht, äh, wie ich sehe, bist du nicht so ignorant, wie du ausliest. Ja, ich danke euch allen dafür, dass ihr hier bei der speziellen Dinnerparty dabei seid, ja, ich hoffe, ja, ich erwarte euch alle auch auf der Tanzparty zu sehen, und was dich angeht, mein Kind, du bist auch eingeladen. Ich werde es sicherlich genießen, so ein kluges Mädchen dabei zu haben, äh, vielen Dank, ähm, ich geh dann mal jetzt. Die Party hat ja noch, das Essen hat noch nicht mehr angefangen, warum, wir essen schon. Willst du nicht mit uns essen? Alter, das ist gequietscht. Wow, was ne Sauerei auf dem Tisch. Ich möchte mich nochmal hinsetzen. Och, kann ich nicht, schade. Drink me. Nein. Äh, Kullfuckuck, ich kommst ja von einer Part. Aha, und der Rest, das restliche Zeug hier. Äh, wir haben hier echt eine Riesensaurei veranstaltet. Second, alter Schwede. Hm, da ist irgendwas zum Kuchen. Oh, ich würde ja nicht reinfassen. Einen Rostingschlüssel erhalten. Hm, hm. Äh, ja. Wunderschön. Nein, der geliebte Apfelstrudel. Hm. Wah. Ja, genau, sie ist wirklich nett. Ich, ich finde ja nicht, dass sie so nett ist. Hm. Hm. So fröhlich bin ich darüber ehrlich gesagt nicht. Hm. Hm. Ja, wie blöd für dich. Ach, ich liebe die Kürbisse. Okay. Dann haben wir soweit alles, glaube ich. Drink me. Nee, die Tür ist weg. Großartig. Ja, ein ganz kleiner Raum. Ich kann nicht hier durch. Das ist mir jetzt jetzt schrumpfen. Hiermit. So wurde es geschrumpft. Großartig. Das erinnert mich jetzt irgendwie an Alice im Wunderland. Ja, alles wurde größer. Nee, nicht ganz. Tja. Tür. Ist immer noch weg. Oh, wenigstens ist es hier nicht so dunkel. Oh. Wo bin ich? Ah, ja. Jetzt wollte ich schon mal die Feuerwehr rufen. Nein. Was ist das sein? Kronleuchter. Ziemlich. Großer. Wat? Ja. Ich dachte schon, ich wäre wieder Game Over. Aber ich habe mir noch nicht alles angesehen. Neu. Ah, wo bin ich? Auf einer Tanzparty würde ich mal schätzen. Aber ich habe mir noch nicht alles angesehen. Nein. 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 Da, bitte. Hm. Habe ich den Schlüssel? Bereits? Ja, habe ich. Ich wollte mich da noch umsehen. Rein da. Halt und Nutzen. Du, du, du. Na komm. Rein da. Ich wollte mich umsehen. Hier ist noch eine Tür. Nein, das sieht nur so aus wie eine Tür. Nett. Nein. Noch. Okay, anscheinend ist hier nix. Gut zu wissen. Ich weiß nicht, ob man mit dieses, äh, eventuell muss ich da im Video nochmal nachbearbeiten. Ja, Fraps will einige Sachen hier nicht aufnehmen. Beziehungsweise allgemein lassen sich einige Sachen nicht aufnehmen. Ich muss zum Beispiel die Game Over Dinger immer von Hand einfügen. Ist hier irgendeine Speicherbox oder so? Nochmal so gefragt. Ich möchte euch nicht stören bei eurem Tanz. Nein, das weiß ich nicht. Keine Möglichkeit zu speichern. Das macht mich sehr ungrücklich. Hm. Du hast einen Piano zu Hause. das ist drei punkten scharms wert wofür sind die gut nicht dein ernst oder? du und Owen waren da ja oh das ist so gut ja Flandre hey Flandre die spielen dein Lied oh wie cool die bewegen sich ja du und Owen waren da und kannst deine eigene ach hier ist ne Tür ich sie ist erstaunlich gelassen muss man ja mal sagen gerade und ja es wundert mich nicht dass du noch nie schwebende rosa kerzen gesehen hast das ist nicht verwunderlich aber du bist so erstaunlich gelassen was ist denn los ach mädel ja ja auf jeden Fall kann dir aber nötig sein hm 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 Oh, was zum? Ja. Alter. Diese Kürbisse machen mich fertig. Oh. Ja, Türen gehen nicht auf. Alter, die Kürbisse. So. Diese Klamotten sind doch hübsch. Was hast du denn? Okay. Eine längere Geschichte. Ja. Also. So. Ich guck mal. Aha. Ihr habt euch also den Leid der Leute zugezogen. Okay. Wow. Was für Arschreiben. Hm. Ich glaub wir kennen so nen Namen nicht. Ja. Ach wie süß. Ich sollte ja ausrichten. Alles wird gut. Okay. Schläft oder ist tot oder was auch immer. Okay ist zu. Gut. Ach. Fuck you. Ah ja. Vielen Dank. Tupidu. Tja. Und wir können anscheinend nicht tanzen. Aber ein ernsthaftes Mädchen ist viel zu gut drauf. Äh. Äh. Aber ich würde trotzdem gerne speichern. Nur mal so. Zumal der Part auch schon jetzt lange genug ist eigentlich. Ja 17 Minuten und deswegen gibt's hier auch einen Cut. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.